Mojen, hause ich machen, ein nächstes Jahr mit diesem Sommerspecial. Discover the Heavy Metal World steht im Programm vom Geschichtsmusei. An einem Echtwolle kriegt ihr alles gewiesen, was jetzt 1960 an England und an den States angefangen hat. Daraufhin kriegt ihr aber auch Filme, Fotos und Kultur über den Heavy Metal gewiesen. An einem zweiten Echtwolle gibt es so ein Atelier und Praxis im Geset. Heavy Metal Fans lernen die Heavy Metal Band kennen und spielen sich instrumentalisch an der Heavy Metal Welt an. Das dauert von einem bis einer Woche und abgepasst geht es maximal 25 Leute an. Das Portugiesisch-Deutsche Gemeinschaftsprojekt Unerträgliche Leichtigkeit verbindet in einer Theater-Tanzvorstellung Fado-Melodien mit zeitgenössischem Tanz. Vier portugiesische Musiker sorgen für den Background der fünf deutschen Tänzerinnen und Tänzer, die dem Publikum die portugiesische Saudade näher bringen. Unterbrochen werden die verschiedenen getanzten Momente durch gelesene und erzählte Verse. Anders als in einem klassischen Fado-Konzert verschmelzen hier Gesang, Musik und Tanz zu einer homogenen Einheit, deren Kern die Bewegung und der körperliche Ausdruck sind und die sich so dem Ursprung der Saudat sinnlich nähern. Die Nacht des Fado-Saudat findet am Samstag ab 20 Uhr im kürfürstlichen Palais in Trier statt. Die Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro. Alle Infos findet ihr auf www.plurio.net unter dem Stichwort Fado. Am Sonntag findet in Saarbrücken das alljährliche Kulturmeilenfest statt. Auch in diesem Jahr bietet das Fest auf den Außen- und Innenbühnen zwischen Staatstheater und Saarlandmuseum ein buntes Programm. Konzerte, Theater, Workshops, eine Kostümversteigerung, Führungen für Kinder und Erwachsene durch die moderne Galerie, Podiumsdiskussion, Literatur und Kabarett. Das Kulturmeilenfest in Saarbrücken am Sonntag ab 11 Uhr. Auch hierzu findet ihr alle Infos auf www.plurio.net unter dem Stichwort Kulturmeilenfest. Bonjour à tous. Ce Weekend, le Château de Thilombois, en Meuse, entre dans la danse. Assister au premier rendez-vous de la danse avec l'histoire, mettant en scène les spectacles Cabaret du Monde et de Versailles à nos jours, des Créations interaktives, vivantes et dignes du Grand Paris. Le Château et son parc vous offrent un scénique exceptionnel permettant aux danseurs, chanteurs et acteurs d'évoluer sur un rythme soutenu. Depuis l'ouverture de Versailles en habit de cour, nous découvrirons, côté jardin, le Vieux Paris et ses chansons connues à travers le monde. Puis se succéderont le Tralala, les Partisans ou encore le célèbre Cancan parisien. Alors si vous êtes en quête de chorégraphie, de chansons populaires et d'émotions, venez vous amuser, chanter et danser en famille au Château de Thilombois, entre Metz et Reims. L'entrée est de 13 euros pour les adultes et de 5 euros pour les moins de 16 ans. La rentrée approche et annonce malheureusement la fin de l'été. Mais avant, une petite pause s'impose. Et pour cela, direction le pays bocagé au festival Rue du Bocage 2010 à Herves en Wallonie. 25 troupes renommées de théâtres de rue d'ici et d'ailleurs vous donnent rendez-vous ce week-end pour un festival de bonne humeur. Pas moins de 60 représentations pétillantes, sentillantes et cocasses sont au programme. Amoureux des tréteaux, passionnés des castellets, admirateurs de salte à banque, férus d'acrobatie ou simplement curieux de tout, cette journée est faite pour vous. Le festival débute samedi à 20h. L'entrée est de 7 euros pour les adultes et de 1 euro pour les enfants. Retrouvez toutes nos informations sur www.plurio.net. Très bon week-end à tous. Leif Nolaustrel, c'était notre Sommerspecial de 3. Nous allons faire un déjeuner. Nous et d'Anneka et de Magali et de Romina. Nous voulons toujours beaucoup de plaisir et nous espérons que vous avez un bon week-end à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501